Und dann musst du den Ballon auch ganz draufstecken. Und dann zu Fischthalten natürlich. Schöne Schablone für. Wir haben uns ein paar Sprüche ausgedacht, vielleicht hast du auch noch ein paar. Was wir drauf machen können. Meine war, sie rollt und rollt und rollt. Das ist der Vorführeffekt. Jetzt sagts. So geht der. Das ist cool hier. Jawohl. Jetzt können wir doch schon ein paar Wege machen für unsere Fahrschule abziehen. Wir machen einfach die Fahrschule ab. Die Waffe ist drin. Und wir machen, wenn wir die Fahrschule abziehen können. Wir machen immer aus vom Teele. Ja, komm, hier rauskommen. Die Bombe, rauskommen. Und los geht's. Los geht's. Voll. Voll in die Mitte. Ja, wenn es geht, trinkt ein Kaffee. Okay. Ja. Ja, das ist ein Kaffee. Juhu. Voll. 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 Ich hätte die Lampen gern. Ich glaube, da drinne liegen. Rote. Das könnte das kein Kaffee sein. Da wird drinne liegen auf den Kaffee. Ja, ja. Okay, ich brauche einen Kaffee. Blut. Blut. Ja, Rote ist geil. Oh, hey. Nach hinten. Ja. Ach so, Mose. Voll. Juhu. Wir hätten auch nur eine zweite Garage. So stark wie viel Kalle. Ach so, übrigens. Ja, ich brauche hier. Jawohl. Ich brauche hier. Ich brauche hier. Mach 2,5. Oh. 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 Oh.